Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei Pulsar. Ja, auf der USS Fred nicht ganz, wir sind nämlich auf dem Planeten. Und alle zusammen. Alle fünf zusammen. Der Wodan, der Minions, der Mann, der Spock, der Jack. Was erwartet uns denn, Mr. Wodan? Hallöchen. Guten Tag. Sie haben doch hier dieses wunderschöbische Tablet. Ja, wenn du mir jetzt sagst, wo ich das habe. Mit der vier, glaube ich. Mit der vier? Nee. Nee, drei? Ist nah dran. Drei, zwei, eins. Nein. Hm. Ich glaube, er hat das noch in den Tarot oder in seinem Spind. Guck mal beim Wodan Scientist. Ich sehe nur, dass Wodan zwei Pistolen dabei hat. Eine Facepistole und eine Smugglers Pistol. Du hast keinen? Wo ist sein? Ist sein Pad vielleicht auf einer separaten Taste? Ja, eben. Also müsste man... Ich glaube, es ist im Spind. Das habe ich mal gelesen. Im Spind? Echt? Also dass er es nicht von Start aus dabei hat. Das ist dann locker drin. Oh, dann sollte man das irgendwie... Super. Wo ist der Locker? Das habe ich auch nie herausgefunden. Leider. Dann sollten wir das später holen. Ist nicht hier das Inventory? Dann sollten wir das später holen. Ich benutze die Heavy Pistol. Heavy Pistol. Heavy Pistol. Nicht die Heavy Beam. Aber du bist ja mein. Ich wusste nicht, dass... Ich habe mir eine Waffe ausgenommen. Alles gut. Ähm... Bitte was? Ah, Jack. Wir haben die Griffel von meinem... Hast du mir irgendwo an den Hintern gefasst oder so? Was? Sie haben was? Wodan, was hast du gemacht? Wieso sind wir schon wieder nicht komplett? Der Fleischhammer macht schon wieder sein eigenes Ding. Macht er nicht. Er wartet vor der Tür. Vor der Tür ist übrigens fast. Kommt mal mit. Haben wir denn die Station komplett gelootet? Oh Gott. Okay. Seid ihr oben fertig? Mehr oder minder? Ne, überhaupt nicht. Wir sind noch das letzte Mal hier angekommen. Sollten wir das noch machen. Aber da drüben, da seht ihr schon, da sind die Spinnen. Oh Gott. Spinnen! Ich glaube die Spinnen. Kann man mit. Die haben mich letzte Folge angegriffen. Die Dings. Ähm, vorhin die Fresse. So groß sind die auch nicht. Schönes Ding. So ganz normal Schweizer kriegst du an jeder Ecke so ne Spinne. Äh, ja. In der Schweiz. In der Schweiz. Mhm. Wow, das ist so geil. Vor allem wenn es voll ist, dann geht es richtig ab ey. Und sieht man das eigentlich wo das voll ist? Oben links. Oben links. Ah, da füge ich quasi. Da ist mal ne Facecam drüber. Und was wollen wir jetzt? Rodeln wir runter oder wie? Oh oh. Oh oh. Oh oh Bob ich komm nicht. Oh jetzt wird's spannend wenn man hier runter fliegt. Oh das ist ja cool. Oh ja. Hier geht's ja gar nicht weiter. Haben wir den Fallschaden angemacht eigentlich? War hier nicht noch so ne Höhle? Äh, so ne Tür im Berg drin? Da oben oder? Woah. Are you fucking ready? Tatsache. Kein Fallschaden. Irgendwo hinter der, hinter dem Turm warm. Oh god. Ja dann lass uns jetzt erstmal zurück die zweite Etage looten, sichern. Die zweite Etage war noch nichts. Äh, Sicht ist falsch. Target. Da fängt schon ein Paffee dazwischen die Bäume zurück. Das ist super. Soll ich also nun auf euch warten oder nicht? Äh. Geht genug. Wenn keiner was sagt. Hab euch gefragt. Ich hab ne Aussichtsplattform gefunden. Mit Bank. Wo seid ihr denn? Seht ihr? Habt ihr schon wieder was? Ähm, ich bin auf der Station mit Corporal Wodan. Ich bin auf. Da ist der Captain. Wo ist der Captain? Ah, da. Hallo Captain. Und wo sind die anderen? Da oben? Ich glaub da hinten. Ne? Auf der Station. Hallo könnt ihr bitte nochmal sagen wo ihr jetzt seid? Wir waren vorher auf der Station. Jetzt sind wir her. Zurück. Hier. Irgendwie laufen die letzten Folgen etwas chaotischer. Aber setz mal. Der Captain hat keine Eier. So wir sammeln uns jetzt an der Station und beamen gemeinsam hoch. Ich bin da. Erster. Ich bin... Ich bin immer gehorsam. Hä? Woah, woah, woah. Wir müssen nochmal üben. Krass. Wie weit das geht. Wir sammeln uns an der Station und beamen gemeinsam hoch. Ich dachte wir sind da. Was ist an meinem Wort nicht zu verstehen? Finder. 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 Hoppla. Ähm. So. Jetzt. Jetzt nach oben. Kann ich auf die Brücke gehen Captain? Ich wollte schon wieder meinen... Alter Vater. Darf ich mich an den Pilotensitz Captain? Ähm. Darf ich mich auf den Pilotensitz setzen? Kann mir mal ein Loch in den Kopf bohren, du. Bohren. So. Ähm. Wir müssten ja auch irgendwann mal den Scheiß einbauen, den wir gelootet haben. Also ich würde sagen, nehmen wir noch den einen Planet mit, oder? Mhm. Gut. Dann richten wir uns aus Richtung 1761. Wieso sieht man die? Jetzt sieht man den Kurs. 1761. Ich suche mal einen Laptop. Ähm. Jetzt 1761. Okay. Gut. Laptop. Laptop? Achso, das stimmt. Oder es liegt auf einer Taste vielleicht bei dem. Drücken wir doch mal alle. Wir verloren. Negativ. Mr. Spock Energie. Jumper Sektor 1761. Oh. Oder auch nicht. Obst, das war... Bin leicht rausgerutscht. Tut mir leid. Oh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also wie das mit dem Tablet ist. Ich dachte, das wäre auf einer der Tasten. Von eins bis vier. Vielleicht T wie Tablet? Nee. T wie Tablet, genau. T wie Computer. Woher wäre es wie ein Sensor? Ach, geht ja auch nicht. New Manual, Scientist. Der Scientist sehe ich da auch dieses komische Tablet. Handheld-Scanner heißt das Teil. Ah, vielleicht unter H wie Handheld. Der Scientist will start with the Handheld-Scanner in der Shiplocker. Ich meine, der Chiplocker ist das Inventory, was man hier sieht. Das hieß früher Locker. Wenn man unter Inventory geht, das was rechts praktisch drin ist. Was man durchgucken kann. Nein, ich habe ihn nicht in der Lange schliegen lassen, Bob. Kolla hat hier viel Stuff dabei. Captain's Locker. Denk nach, denk nach, denk nach. Sag mal, wir machen jetzt keinen Sprung, ne? Sehe ich das richtig? Doch, wir springen schon. Okay, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Bereit machen? Bereit. Wir werden das jetzt nicht... Wir sind angekommen? Scan. Oh Mensch. Mal wieder. Nichts? Keine Spaß, warum nicht? Wie sieht das jetzt hier aus? Grün. Grün. Ui. Sieht cool, da will ich eine Außenansicht von. Gerne. Ich auch. Arid, also sollte man einen Anzug auf jeden Fall nehmen. Nein. Jedes Mal. Warte mal, ich kann ihn jetzt scannen. Moment. Mr. Fleisch, ja man, darf ich kurz? Bitte. Immer noch dasselbe. Okay. Kann man irgendwie rauskrollen, der geht. Anzug. Anzug. Wie kann man denn rauskrollen, bitte? Mit der Maus? Achso, du bist jetzt gerade am Piloten-Ding, ja. Ich bin am Piloten-Ding, genau. Ich bin am Piloten-Ding. Willst du auch mal an einem Piloten-Ding? Geh mal her. Ich will auch mal. Entschuldigung. Was denn? Ich will auch mal, ich will auch mal. Bob ist strong, der braucht keinen. Der Screenshot Maniac. Ja, ich bin ja dabei. Moment. Hast du, hast du. Bin gleich fertig. Wer hat sich? Da ist schon einer weg. Einer ist schon weg. Reischhammer. Komm zurück. Ich bin hier, ich weiß nicht was du meinst. Ich stehe die ganze Zeit hinter dir. Du hast sofort selekt wieder gedrückt. Wow. Ah, guck mal hier. Wo das ist? Das war schnell. Habt ihr den Käpt'n gesehen, wie schnell er war? Ja, er hat doch gesheatet. Wie zur Hölle fliegt man das Ding? Mit die Knüppel. Mit dem linken Maus, das gibt's Gas. Mr. Spock, ich kann dir nur empfehlen, lebensalte Maßnahmen anzunehmen. Heute sicher? Ja, das ist irgendwie eine arid Atmosphäre. Also das kann nicht gut sein. Ja, jetzt sterbe ich halt kurz. Das ist eine gute Atmosphäre. Boah, darf ich zugucken? Ich meine, es wäre interessant zu wissen. Ja, blicken wir halt bevor der Käpt'n, das ist schon okay. Oh, Entschuldigung. Was denn? Wo ist denn das hier? Ist das eine Kampfarena aus? Was ist das dann? Eine Kampfarena. Hier könnte jetzt ein Boss kommen. Ach nein, ich habe eine riesige Spine aus dem Boden. Ihr braucht die Anzüge nicht. Ist egal, hier ist viel zu heiß drin. Ja, mit den Anzügen besonders, ja. Ich mag meinen Anzug. Ich auch. Das ist alt, als täglich hier. Ach komm, täglich. Ach, täglich. Ach, täglich. Ach, täglich. Das ist ein Mogel, gell. Hier gibt's hier nicht mehr. Moment. Wir springen. Ich spring gerade mal nach oben, wenn das hier... Gut, ich spring mal in den Anzug zurück. Hier gibt's bestimmt irgendein Rätsel zu lösen. Ja, dieser riesiger... Ich glaub's hat mit diesen Säulen zu tun. Standwurm. Oder mit diesen Knüppeln da oben. Oder diesen Hebel, wo man bitte drücken draufsteht. Ähm, man kann reingehen. What? In den Pfeilern, in den Ecken könnt ihr... Check umziehen. Ah da, enter structure. Ach krass. Wollen wir uns bitte... Ich bin zurück, um meinen Anzug abzugeben. Ach, ich warte auf dich. Kommt doch mal alle zurück. Kommt doch mal alle zurück in die Mitte, dass wir gemeinsam dann... Ich bin da. Boah, da hab ich mich gerade erstreckt. Nur ich. Geht doch gleich da hinten rein. Hier, hier. Das ist cool irgendwie. Ach, ich hab gedacht, vor mir steht unten Vieh. Ja. Toll. Captain genießt das, ne? Ich find das cool. Jungs, kommt her. Ja, jetzt... Bleib doch mal cool. Willst du mich mal von oben an... Geht nicht. Oh, der Anzug bringt mich um. Geht nicht, Midias. Da oben ist ne Grenze. Ah, da kommen wir nicht weiter. Das ist ja schade. Sieht so cool aus irgendwie, diese Arena. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier so ein riesen Titan kommt oder sowas. Und schon seid ihr drin. Na, da 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 da. Wo sind des? Wo sind des? Wo sind des? Wo sind des? Jimmy, ich stehe so viel. Jetzt hörst du mal drauf, schieße. Und, kann man das auslösen? Tchuuuu! Okay, wir verlaufen uns bestimmt. Da freu mich drauf. Drei folgen in der Pyramide. Ja, wir haben ein bisschen ja beisammenlaufen. Ja, bitte, bitte, jetzt schwimmen Sie. Paranoid in einer Pyramide. Wie sieht das denn aus? Ja, toll. Geil. Passiert hier wahrscheinlich draufstehen? Ja. Ne? Fleisch aber. Was? Was denn? Ach. Wir müssen die Tonkrüge zerstören. Wir sind doch Zelda. Nein? Ach, das war ein anderes Spiel. Wir müssen uns merken, wo wir hellkommen sind. Das sieht ja zum Glück nicht alles gleich aus. Das ist doch bestimmt irgendwas, was man hier anschalten kann. Ich hab ne Skulptur gefunden, die kann ich da bestimmt hinstellen. Was hat's mit diesen schwarzen Dingern auf sich? Guck mal hier. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Was prädestiniert hierfür? Aber ich find's cool, also wirklich. Boah. Wir kamen übrigens von den Gang her. Hm. Du kannst es markieren, wenn du drüber die Dings schießt. Es bleibt ja da. Ja. Okay, das müsste rein. Rauchst du bei mir mit? Captain? Ja, ja, ich komm mit. Ich geh ja mal den anderen Weg lang. Boah, das sieht irgendwie cool aus. Jetzt müssten hier noch irgendwelche Fallen drin sein, weißt du? So eine Kugel kommt entgegen. Ja, super. Da geht's super vor. Ja. Die Räume sehen irgendwie gleich aus. Hier ist nix. Vielleicht kommt er hier noch was. Oben kommen wir wieder raus. Oben sind wir wieder in der Arena. Glaub dir das nicht noch was kommt? Ja, ja. Aber es hat doch irgendwas damit auf sich, dass hier irgendwelche Kristalle sind. Und da. Ja, ich glaub das in der Mitte, also diese Säule in der Mitte ist wahrscheinlich verbunden mit diesem großen Ding im Boden. Mhm. Vielleicht kommt dann auch irgendwas. Ich glaub das wird auch noch eingeschalten, ja. Tadaa. Kann man die, diese kleinen, hier, kann man die anschießen? Das hab ich auch schon probiert. Aber es geht nicht. Okay. Du meinst, dass man irgendwas aktiviert? Gleich gleichzeitig. Wir müssen wie Simon Sark, weißt du? Dü, 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 dü. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nein. Okay. Ah, hier kommt man höher, oder was? Nee, ab hier dann auch nicht mehr. Aber dahinter ist auch nix. Man kommt nicht raus, oder? Bah. Wie muss es doch irgendwas geben? Ah, man stößt an da oben an der Decke. Okay, verstehe. Gerade eigentlich. Sieht für mich eigentlich sehr cool aus, irgendwie so diese... Gebilde. Ja. Nur unser Teleporter passiert. Ja gut, komm, dann lassen wir, lassen wir mal noch ein bisschen Action. Ja, vereinzelt hier so Steine ausstehen, ne? Ja, das ist halt irgendwie, dass man sowas drücken könnte, oder so, ja. So, was haben wir denn? Das wird mit Sicherheit noch im Problem gehen. Kommen wir jetzt da runter? Warum ist das denn so lang bis da unten hin? Ich glaube, sie haben das verändert. Ja, ja, die haben irgendwas... Von dem Sprung her. Da kann ich sowas gar nicht erklären. Ja, das nur an bestimmten Stellen rüber geht, ne? Ja gut, dann... Ich glaube, wir springen auch sehr einfach, sehr kurz. Wir machen jetzt einen sehr langen Kurs, wie ihr auf grad seht. Guck mal, hier ist... Wie gesagt, soll man angeblich dort auch auf diese Stationen dann auch runter gehen können. Dann gibt's auch NPCs, mit denen man handelt. Na gut, Ladies and Gentlemen. Wir... Unser nächster Punkt lautet 1280. Ich bitte auszurichten. Er hat wieder von dem Weltraumschnaps getrunken. Wir sind auszurichten. Wir sind dem Untergang geweiht. 534. Da war ich. 534? 1280. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir sind auszurichten. In den Kommentar stand, man merkt ihr, wie Ben & Spock den Pilot nicht mag. Das stand schon in den Kommentaren. Dass euch das aufgefallen ist. Das ist ne Hassliebe. So, wir kommen an. In... 3. Warte, 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 warte. Wo machst du denn rum? Bist du in der Lounge gewesen? Hast du noch Pipi machen? Ich hab die locker gefunden. Ja. Du hast die locker gefunden. Ja. Oh, da sollte man dann mal... Im Live-Support, oder? Warte nochmal gucken. Du das kannst. Okay. In... 3... 2... 1. Oh. Oh, das ging aber... Ausgerichtet. Eine Security-Druck. Normale. Deck, ich feuer einfach mal. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 2. 2. 5. 4. 5. 6. 6. 9. 9. 10. Ich könnte sie wieder schießen. Ja, feuern. Ich denke, dass das wirklich nur auf Schiffe geht und nicht auf die Drohnen, weil das rechargt jetzt die... Verlangst... Ne, im Moment. Verlangst es aber die Geschütze. Wir haben glaube ich keinen. Da steht Schilds. Echt? Echt. Ok. Ich dachte, Entschuldigung. Dann habe ich falsche Informationen verteilt. Macht nichts. Alles gut. Ich kann die... Der Turret wieder schussbereit? Anschießen. Boah, das war... schön. Das war ja... schön. Kollisionskurs. Ist ja wie auf dem Präsentierteller hier. Einfach drauf geht's hier. Ja, fast. Ja, mitten in die Fresse. Ich kann da schon nichts mehr machen hier. Dauert jetzt noch mal drei Stunden, ne? Weil da ist ja ne scheiß Schilde immer mehr. Irgendwie haben wir das Spyware kaputt. Das ist eigentlich ganz gut. Was ist die Engine von ihm? Wir machen einfach nicht so viel Schaden. Außer Sicht, Jack. Danke dir. Engine ist kaputt. Seit zwei Stunden. Ihnen nochmal eine. Nebenseitungssystem sind auch defekt. Ist ja eigentlich eh keiner an Bord. Ist doch eigentlich unbemannt. Ja, wollte ich grad sagen. Voll Energie auf Nebenseitung. Kurz geblendet gewesen. Die können wir nicht einsetzen. Warte, 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 warte. Es ist wahrscheinlich eh Scrap nur. Warte, ich gucke. Jetzt die besten Schilder. Ähm, Chip-Komponenz. Hau nur Scrap weg. Wie viele haben wir drei? Mhm. Ist korrekt. Okay. Also, seid ihr bereit für etwas Interessantes? Ja. Bitte. Hau raus. 1943. Als ich damals mit dem Fahrrad... Oh nein. Warten wir mal kurz, ob da irgendwas kommt. Ich bin gespannt. Das letzte Mal hat es ja Instant Action gegeben. Hört ihr das da an? Okay. Funkspruch. Ah, warte. Da, schau an. Wo kommt die denn her? Die hat er gerufen. Wer er? Ja, wer wohl. Bob. Wieso? Bob, der verrückt. Oh, oh, okay. Off, off, off. Small, zwei Stück. Ja. Okay, Virus sind alle draußen. Äh, erst B, bitte. Verstanden denn? Ja, ich bin dabei. Noch... Schützt den Piloten. Unsicher, ich schieße. Schön. Jack, ich habe die Brücke im Auge. Ach Quatsch, glaub nicht, dass irgendwas passiert. Der Fick braucht ein neues Main Turret. Das bringt's nicht mehr hier. Okay. Wir werden mal im nächsten Raumhafen mal... Gucken, ob wir shoppen gehen können. Nee, es gibt leider keinen Main Turret zum Kaufen. Wir können das nur ergattern. Achso. Okay, wieder schussbereit. Peace, sofort. Was machen unsere Schilder, verdammte Axt? Ja, wir haben gerade, wir haben gerade zwei Treffer einstecken müssen. Schildboost aktivieren. Oh, dann hau mal raus. Hau raus. Ist dran. Wird repariert. Reaktor repariert. Reaktor repariert. Ist okay. Launch, shit. Alles gut. Nein. War noch ein Treffer. Muss mich ein bisschen in Bewegung halten hier. Mhm. Okay, ich treffe sie mittlerweile relativ gut, wenn die... Es ist ruhiger geworden. Ja gut. Für uns ist alles gut. Sieht doch gut aus. Sehr schön. Warte, 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 warte. Ich gehe an die Schip, komm. Nee, wir unterschießen erst alles. Nee, erst mal das andere Ding, ja. Ja. Kann so nicht treffen. Wo ist er denn, der Kleine? Probier mich hinterzusetzen. Hat er einen Doppellaser? Geht so aus, ja. Weiß nicht, was er hat. Wenn du fast ist er. Ja, wow, 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 wow. Krass. Er hat einen Doppellaser. Schöner Treffer. Ich will auch einen Doppellaser. Du bist der Captain Kaufis. Wenn wir diese Missionen überstanden haben. Was war denn das eben so hell? War das eine Rakete? Hat der eine Rakete gefeuert? Was? Ja, dann negativ. Alles klar. Oh nein, so schöner Wickel. Mr. Spock, wie sieht's mit unserem Reaktor aus? Alles gut. Alles gut. Alter, der macht sich hier, macht die Hasenjagd hier. Ja, ich schick's wieder an. Ja, schick's wieder an. Schön. Oh, ist schön getroffen. Hm. Der hat wirklich so'n blöden Kack-Doppellaser. Ich will sowas auch haben. Oh, nicht bewegen jetzt. Oh, diese Bellenbrunne. Oh, diese Bellenbrunne. Ja. Jetzt können wir auch Modulate umschalten, wenn der Doppellaser hat. Du hast ja immer gesagt, dass es so wäre, ne? Ich hab mir zwei gemacht. Schau, was es bringt. Was könnte meine Fehler gewesen sein? Ihr macht nix, ey. Alles gut. Oh, wir kriegen keinen Schaden mehr. Sehr gut. Boah, hast du das gesehen? Schönen 465 Boom. Also hat's was gebracht. Ja, das machst du. Aber das mit dem Doppellaser war wirklich so... Okay, jetzt wissen wir was. Also wir nehmen jetzt kaum mehr Schaden, ne? Jawohl, warte, ich räume aus. Das war super. Geil. Kann man mal das Licht wieder anmachen, bitte? Leichter Kratzer an der Außenhülle. Hast du ein Licht ausgemacht? Ja, ich musste, weil... Hab abgeworfen, bitte einsammeln. Was? Gute Art. Das macht nicht viel aus, aber... Ist halt ein bisschen... Oh, seht ihr den anderen Staff jetzt? Wie viele Samaren das denn? Zwei? Hier. Also jetzt... Jetzt hab ich grad zwei eingesammelt und... Ne, ne, ne. Wie viel wir jetzt noch einsammeln? Da oben, in Richtung Licht, oder? Hier, meiner Meinung nach, ja. Ja. Jo. Also... Sind das die? Du musst mir sagen, wenn ich abwerfen soll, wir haben noch einen Platz. Platz ist noch frei. Ja, einen hab ich noch Platz gemacht eben. Hier. Ja. Core Temperatur wieder normal. Das war doch mal. Das Scrap hab ich weggeworfen. Kommt noch was? Ja, ich glaub ja. Da müsste eigentlich noch was kommen jetzt. Ah, ich seh nichts, Jack. Wenn nicht, hab ich einen Scrap zu viel abgeworfen, aber es sind nur 650 Credits. Also fast schon. Ich glaub das ist nichts mehr, Jack. Ne, das sieht so aus, ja. Na gut. Dann, ähm... Wir sind süß? Joa, wir haben... Ja, wir sind ja aber auf süß, ne? Ah. Oder? Ne, ne, der nächste Sprung ist süß. Alles klar. Aber damit sind wir erstmal, ne? Heute... Oh ja. Oh ja. Beide drüber. Meine Fresse da hier. Überlänge da oben. Ja, genau. Und ich werd euch dann ganz samt verabschieden. Und die wir tschü tschü mit Ö sagen. Und vielleicht schaltet ihr das nächste Mal wieder mal rein. Bis demnächst. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.